ja und damit zeitgegrüßt man nehmen zwerge gnome hobbits und endodon zu einem neuen part der antwort die dwarfnuss für den monat februar 2020 so sieht es aus wir spielen im online modus gegen die seite hier und zwar auf folge in der piste auf der piste auf der jetzt ausgewählt wird dieser ich bin der einzige aus deutschland da muss ich meine nation wohl hier die ehre machen das wird wohl nix während den dorfnuss so ja dann kommen wir direkt mal zu den themen des monats februar des neuen monats im januar gab es ja keine dwarf news aus dem einfachen grund dass ich es ausgelassen habe habe ich einfach naja vielleicht nicht gerade vergessen aber habe ich einfach in januar ausgelassen im dezember kam ja regulär keine dwarfnuss seit november na doch haben wir uns hoffentlich seit november schon gesehen in anderen videos auf meinem kanal aber aber gab es seit november keine neuen dwarfnuss also ich weiß es ist ein bisschen spät dafür aber es ist das erste dwarfnuss im neuen jahr deshalb sage ich hier nochmal frohes neues es ist wirklich ein besser spät aber gut erst der folge Dwarfnuss erneutern kann man noch gerade so noch abgelten lassen ja im monat februar haben wir natürlich gleich zu beginnen ein altes let's play oh ich bin hinter dem platz seit kirchen kugel willi da haben wir natürlich ein altes projekt im let's play was weiter geführt wird und man schwert das bekommt natürlich im monat februar weitere wundervolle parts da bekommt ihr ordentlich was zu sehen dann guck mal schwert in diesem monat und dann am zweiten zweitern am ersten zweiten das ist jetzt das ist natürlich schon ist jetzt schon ein paar tage her zwei seit gestern den zweiten zweiten gibt es etwas wundervolles neues nicht auf diesem kanal sondern auf einem anderen kanal auf meinem podcast kanal der richtig gehört ich mache einen podcast zusammen mit dem lieben mordes aka modi aka lightbite ein kleinen politik podcast zu mehr oder weniger aktuellen politischen themen schaut mal rein bei den begatralpodcasts werde ich vielleicht auch also ich hoffe ich denke dran werde ich auch hier spätestens in der endcard irgendwie verlinken oha hinterletzter das gibt es doch nicht naja nicht hinterletzter aber was oh schande geht halt beides nicht gleichzeitig reden und gleichzeitig fahren gut ja den podcast kann ich euch natürlich ganz warm ans herz legen das kann ich euch wirklich sehr ans herz legen wenn ihr mich und den modi ein wenig über politik satirisch über politik kriegen hören wollt da mal reinhören ja so sieht es aus und nicht nur mit modi sondern auch mit dem rest des 45. squads geht es im februar weiter mit dem 45. squads ja mit den mit neuen folgen vom 45. squads ihr dürftet es jetzt schon auf dem upload plan auf meinem kanal sehen dürfen wenn dieses video online kommt steht es schon auf meinem upload plan eine neue runde ja wann fangen wir denn jetzt mal an hier mit eine neue runde von Mario Kart eine neue runde so sieht es aus ja wird das noch was heute oder ich glaube ich suche nur mal eine neue runde hier läuft heute irgendwie nicht ein neues bike warum nicht ähm quietschbund tja und wir warten und wir warten ah da geht es endlich los ähm super können wir nicht starten klasse auf geht es was haben wir jetzt wir spielen wir spielen diese strecke ich bin wieder der renziger aus deutschland jo ist nicht weiter schlimm man kann auch mit anderen vielleicht aus anderen Ländern spielen oh ein unterwasserlevel mich unterwasserlevel lieber ein Mario ja wie schon erwähnt 4.5. Squads der bringt im februar auch einiges neues da geht es mit Stadtlandfürst online weiter ein 4.5. Resident Evil habe ich da noch da geht es munter weiter das Netzplay mal ein bisschen weiter führen jetzt wo wir ja das könnte aktuell sein ja das ist das ist schon aktuell jetzt wo wir den Rüstungsschlüssel gekriegt haben Resident Evil können wir da in Part 9 weitermachen ich bin da gar nicht mehr so weit am Fonds produzieren das ist fast wieder ja tagesaktuell guck mal ein Schwerz habe ich noch ordentlich vorproduziert das ist jetzt ein bisschen da habe ich noch ein bisschen was auf Lager aber Resident Evil das ist tagesaktuell und das werde ich dann auch das werde ich wahrscheinlich auch erst fast tagesaktuell aufnehmen können die Dwarven sind ja nicht tagesaktuell ja sind sie leider nicht und darauf kommt es ja auch nicht an Minecraft Anor falls ich das noch nicht erwähnt habe Minecraft Anor haben wir glaube ich im Januar ein wenig pausiert wird jetzt also im Dezember auch irgendwie ein wenig und jetzt haben wir einiges pausiert und im Februar geht es jetzt munter weiter mit neuen Parts 87, 88, 89, 90 hier sehe ich sogar 91 mit 92 mit 92 ganz am Ende ja es ist gibt ein paar neue Parts gehen wir schreiten wir langsam was ich auf die 100 zu und dazu habe ich glaube ich im letzten Jahr schon in den Wartnuss was gesagt ja ich muss nicht mehr so viel zu sagen zu Staffel Staffel 2 von Minecraft Anor ich glaube das war eine Minecraft eine Minecraft Projekt war das letztes Jahr oder war das dieses Jahr Sekunde das ist brandaktuell das könnte sogar dieses Jahr gewesen sein ja das könnte ist das vielleicht Minecraft Anor das habe ich mal in Minecraft Anor gemacht das könnte ja das das müsste sogar der heutige Part gewesen sein wenn ich richtig gucke schon brandaktuelle Themen angesprochen kommt mir schon so lange her kommt mir schon so lange vor dabei war es erst heute ja schaut euch den Minecraft Anor Part von heute an so sieht es aus so 4.5 was haben wir hier noch Minecraft Anor Deponia ja Deponia geht mal weiter nachdem es eine lange Zeit passiert war wirklich lange Zeit den Podcast so habe ich es zumindest momentan nein nicht zurück so habe ich es zumindest momentan geplant während wir im 2 Wochen Rhythmus veröffentlichen wenn das so beim Plan bleibt der erste die erste Folge Podcast die erste Folge bilateral kommt also am 2.2. online den durfte ich also gestern schon am Sonntag im Sehen und nächsten Sonntag ist dann kein Podcast und ähm na wo habe ich es habe ich mir auch aufgeschrieben hier im Uploadsplan am 16.2. wenn dann alles gut läuft kommt dann Folge 2 vom Podcast wieder und dann halt ähm na welcher ist es der 23. nicht nicht und dann ähm ja mal schauen mal schauen wann der nächste ja guck mal wie es läuft mit dem Podcast den kann ich euch wirklich ich wiederhole mich aber da muss man sich auch wiederholen da kann man sich gerne wiederholen das ist das ist eine erwähnenswerte Sache eine sehr gute Neuheit auf meinem Kanal nicht auf ja auf meinem auf dem anderen Kanal und dann mit dem anderen Kanal der Podcast schau es da mal hin den anderen Kanal abonnieren um keinen Podcast mehr zu verpassen die der die 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 Und ja, für Fünfte Squats, da macht ein paar neue Games, naja, neue Unterhaltung, für Fünfte Squats, äh, Stadtgang Fuss Online, und mal schauen, ob das noch klappt, vielleicht noch ein anderes Game, was wir noch gar nicht hatten, Ende des Monats, aber man, kann ich euch nicht versprechen. Und ja, hier stehen auch noch ein bisschen Specials an, in diesem Monat, von Specials bleibt auch nicht ganz verschont. Und ja, da muss man gucken, am 4. Zählt natürlich eine GoHug Yourself Day, der natürlich mit einem Special gefeiert werden muss, und was da passieren wird, was ich da mit euch mache. Das weiß ich auch noch nicht ganz, da muss ich dann gucken. Da gibt es ein kleines Specials für euch, mal schauen, was ich da einrichten kann. Da habe ich noch keinen Plan für, außer dass es da ein Special gibt, in welcher Art und Weise. Ich weiß es noch nicht. So muss ich auch jetzt mal um die Ecke fahren. So. Dann haben wir natürlich, am Ende des Monats, am 27.02. noch ein großes Souverneum. Vier Jahre Zwengen Fürst LB. Am 27. Februar 2016, habe ich mit meinem ersten Part, Guckmon Y, mit meinem ersten Part, Let's Play, Guckmon Y, diesen Kanal begründet. Den Kanal gibt es schon ein bisschen länger, aber mit meinem ersten Let's Play Part am 27.02. Ich weiß nicht, ob es an dem Jahr 2016 einen 29. gab, aber falls es den gab, das ist für ein Jubiläum denkbar schlecht. Zum Glück war es der 27. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht bis zum 1. März gewartet habe. Aber gut, ich habe mich damals den 27.02. dafür ausgesucht und habe am 26.02. einen ersten Part, ein erstes Let's Play Video gedreht und es dann am 27.02, ich glaube um 14.30 Uhr damals online gestellt. Und das feiern wir am 27.02. mit einem neuen Jubiläums-Special-Video. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da mutt auch mal alle Jahre wieder ein gutes Special. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Das sind so die Sachen, die im Monatsfebrus anstehen. Hurra. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Die Dwarf News für den Monat Februar solltet ihr gut informiert worden sein. Und man sieht sich spätestens in den Dwarf News für den Monat im März wieder. Oder hoffentlich auch in dem ein oder anderen Video auf meinem Kanal. Oder man hört sich beim Podcast. Oder man sieht und man hört sich. Bis dann und ciao. Bis dann.